Hallo und herzlich Willkommen zu einer speziellen Folge, meine lieben Freunde. Und ich bin auch nicht ganz alleine, sondern der Totoro ist mit dabei. Moinsen. Denn wir haben was anzukündigen. Und was ist das? Jetzt bin ich gespannt. Hau raus. Wir machen ein 12 Stunden Stream morgen. Also morgen den Freitag. HEP HEP! Hurra! Jawoll! Genau, ihr habt es richtig gehört. Und wer sich wahrscheinlich das Bild jetzt vor sein Gesicht schon genau angeschaut hat, sieht, wir haben die 200 Abonnentenmarke jetzt geknackt. HEP HEP! Ja, ja! Oh Mann! Hurra! So, wie gut. Weiter geht's. Also, wir haben endlich die 200 Abonnentenmarke geknackt. Und damit möchten wir uns echt herzlichen Dank aussprechen an euch. Ihr da draußen habt, uns soweit jetzt erstmal gebracht, 200 Abonnenten, ey, es sind 200 Leute, die uns hier verfolgen, ich kann's einfach nicht fassen. 202 mittlerweile. Ja, mittlerweile 202. Und ich stelle jetzt eben schon wieder kurz davor nochmal zu sagen, hip hip hurra. Nein, bitte nicht! Oh Gott, ey. Ja, und da haben wir uns gedacht, was machen wir denn? Weil ich bin ja, 200 Abonnenten, das ist nichts Alltägliches, das ist nichts Selbstverständliches. Also, ja, dann haben wir überlegt, was könnten wir denn machen? Und dann sind wir auf diese komische Idee gekommen, einen 12-Stunden-Stream zu machen. Ja, wie sind wir denn auf diese komische Idee gekommen? Ich hab auch keine Ahnung. Ich war Hacke, er war Hacke und dann haben wir uns gesagt, komm wir mal einen 12-Stunden-Stream. Genau. Komm, wollen wir uns ja nicht mehr rausreden. Nein, morgen ist ja auch 1. Mai, also sind eher die zu Hause, ist ja eher ein Feiertag hoch dir in der Wochenende. Genau. Und von daher gibt's morgen einen HMR-Stream und wir verraten natürlich noch nicht, welche Spieler, aber es wird spannend, von explosiven Sequenzen bis hin zu ruhigen Fahrten. Wir werden alles sehen, meine Freunde, es wird geil, es wird speziell, es wird einzigartig. So, und jetzt über das ich kolumnen wirst du den Rest. Danke. Ich kann's nicht gleich in die nächste Ecke begeben und... Okay, nee, ah, wunderbar. So, aber was wahrscheinlich für euch jetzt noch ein Tick interessanter ist, wann geht dieser zuerst in den Stream los? Wir wollen morgen um 10 Uhr früh starten und dann durchziehen bis... Und hört auf um 22 Uhr. Ja, oder so. Genau. Also schaut definitiv vorbei, sagt euren Freunden Bescheid, die zu Hause sitzen und kennenplanen, was ihr machen sollt. Die sollen sich da nicht auf irgendwelche diversen Seiten rumtreiben, sondern auf Twitch gehen, auf Team-Zum-Team-Joghurt-Kanal und dann einfach reinschauen in den fucking 12-Stunden-Stream. Ja. Hashtag Corona-Time. Hashtag 12-Stunden-Stream. Hashtag Langeweile. Hashtag 200 Abonnenten. Also, wie gesagt, der Link zu Twitch ist immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterscrollen, da findet ihr den Link zu unserem Twitch-Kanal. Schaltet ein, wir werden morgen wahrscheinlich schon etwas früher angehen, werden noch Dinge vorbereiten. Ab 10 Uhr geht dann hier die Party los. Okay, der Content los. Also, seid dabei und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.